Ach, da unten ist der Knutsch. Hat nur die ganze Zeit gesucht. Jetzt fallen die Gegner wenigstens mal. Oh, hier sind ein Nomade. Wo geht's denn hier hoch? Boah, nichts besonderes scheinbar hier oben. Boah, scheiß tode Stern. Soll ich mal neue herunterschicken, ey? Das nervt! Derb! Meiner Granate! Oh! 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 die kriegen dann wieder neue arme oder neue beine deswegen die am besten mal als erstes abschießen deswegen heißen sie auch so wie sie heißen ich brauche mehr erfolgserlebnisse ich brauche eine richtig dicke fette waffenkiste wo am wenigsten mal ein ordentlicher smg oder sowas den gegner killen da kommt schon ordentliche sachen da ist was denn dann mache ich die mit der entfernung bleibt die ist so episch die control für die sterbe episch ja fliegen die kapptücher ja die hat der nächste geflogen oder hat es nicht xp-loader der bringt xp ja der bringt ganz viel xp von exklusiv lobe lebst du wieder ne warte ich schieße und der exklusiv oder kommt angebrochen Aber geil! Scheiße. Halo Spartan. Das ist ja zum ersten Mal auf PC. Stirb Leute! So Leute, jetzt müssen wir eigentlich mal wieder ein Thema anfangen. Ist so ruhig hier. Wir reden jetzt über... Halo Spartan. No! Türsäckpot. Hier hat man sich da repariert. Der ist immer noch eine gewisse IP, aber... Wo ist mein Platz? Ich treff. Boah ey, die sind ja im Scheißpuss schon. Wurden wir mal verstecken. So Leute, wir reden jetzt mal über... Was hast du heute getan? Geforscht? Was hast du denn geforscht? Forschung? Fiese Forschung? Hätte doch mal, was genau? Unsere Zuschauer wollen genau wissen, was du... ... bist... ...nachgeguckt. Ne... Ne... ... dass du eigentlich schon nichts schaffst. Deshalb bringt er sich nicht dazu... ... was zu sagen. Und wenn wir dann rauskämen, dass du eigentlich schon nichts schaffst... ... dann wird er sich durch die Reck ziehen. Egal... ... deswegen sag ich einfach Fahne-Station. Leidi, hast du was geschafft, sag mal so. Natürlich. Kaffee gekauft. Ne... Ne... Was? Ey, ich hab noch einen Kaffee gekauft. Ey, das sind Stufe-Elf-Gun-Loader, stirbt! Ja... Das haben wir ja schon geklärt. Ich glaube auch, dass wir... ... das D-Kaufmann, dann gehen wir zusammen nachher abpacken. Alleine aus dem Zugriffen... ... dann füllen wir in einer Einzimmerwohnung... ... schlafen, immer nur abwechseln... ... und gut Süden bezahlen. Johannes... Keiner muss suchten, einer muss schlafen, ne? Abwechseln. Keiner. Bei... Ach, Hilfe, 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 Hilfe! Ach! Boah! Ich stehe ab. Ist den gerade gekillt, Flally? Oh, sorry. Oh, ich belebt dich, ja. Der kriegt auf den Boden... ... der kriegt auf den Boden, aber ich kann ihn nicht. Bei Butternut, wir können in unserer Mitte-In-Wald... ... eine Verbrauchung bauen... ... und würdet er trotzdem besser fühlen. ... als Deutschland. Warum ist das alles abhängig? Weil es jetzt ist... ... Kapitalismus, Junge... ... der lässt los sein. Die Träcker haben schon wieder 18 Millionen E-Mails... ... hier geplaut. Aber wenigstens 50 war. Jetzt kommt gleich... ... kommt wahrscheinlich gleich der End-Boss. Ja, hier dahinter kommt der End-Boss. Müssen wir jetzt KZ oder waren wir schnell genug? Ne, 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 ne... ... wenn der Kampf selbst mit dem End-Boss zu lange dauert. So, ich dachte hier... ... wir müssen die Schilder von dem Ding down kriegen... ... denn wenn die Schilder down sind... ... produziert er keine Roboter mehr. Aber solange er Schilder hat... ... produziert er dauernd Roboter. Dann wird's übel schwer für uns. Also nimm Blitzwaffen, wenn's geht. ... ich hab keine Blitzwaffe... ... ich bin voll schwul. ... ganz floody. Und jetzt können wir uns rote Auge schießen. Achtung! Oh, das geht übrigens einfach mit meiner... ... mit dem Ding hier. Du kannst am besten die ganzen Schilder, die er herstellt, zerstören. Ja, ich hab die Schilder zerstört. Jetzt Raketenwerfer. Ja? Okay. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Und hinterher schmeißen die Raketenwerfer. Auf! Auf! Ja! Stürmt! Gut. Das ging schnell. Ah, jetzt kommt noch Boonshot noch. Ich glaub, da kommt noch ein Badass, oder? Alter, Rocket Launcher ist schon leer. Hat meiner ein Fehl gemacht. Ich hab mir noch ein paar Raketen abgehoben. Badass. Ich glaub, da kommt noch einer. Oh, Explosion! Da ist er. Badass. Jetzt kriegt das Raketenwerfer in Auge. Lolo! Jo, Lolo! Oh, dann aber auch Raketenwerfer. Oh, scheiße! Ist'n der Badass-Lorde? Da. Da unten. Granatenhagel! Bloody! Granaten! Ach, ich hab mir gar keine mehr. Noch zwei Raketen. Ist der Roland. Beide daneben. Ich wollte spielen. Ah ja. Ist doch. Ja. Oh, der... Hat er was getroppt? Noch einer! Oh, noch einer! Eine Kanone weg. Schieß' noch auf die andere. Und die andere ist weg. Oh, jetzt ist er gefährlich. Kann er jetzt noch schießen? Ja, komm. Ah ja. Mit seinem Auge kann er noch schießen. Macht auch nicht so viel Scheu. Keine Kondition. Kein Moni. Oh, oh. Achso! Wartenwerfer hat er noch. Äh... Wer macht was? Kariq hat sich heute Black Ops 2 Multiplayer angekauft. Ist er ein bisschen gescheitere Brunner? Ja, hab ich ja keine Brunner. Warum hat er das getan? Hi Roland, es geht ab. Wir treffen uns in Sanctuary. Oh, machen wir. Ist noch eine Waffenkiste, ne? Okay. Sowas suche ich. Du hast Roland gerettet. Dieser Fanid hat auf einen Helden die dich gerachtet. Hier, hier, holen wir die Waffenkiste. Richtig komisch, irgendwie. Äh... Pistolen, Junge. Oh, da ist eine Blitzwaffe. Ich muss mal neu runterladen. Und da hast du zum Beispiel eine Blitzwaffe da drüben. Das ist eine Jacobs, die macht ziemlich viel Damage. Das Spiel ist doch voll beste, Juri. Könnte man eine Jacobs nennen. Ja, immerhin noch besser als Ghost. Ich war die Story. Oh ja. Oh, der Warfare 2 war cool. Das ist nicht schön. Ich fand einen G2 cool. Ich muss nicht nur das zu sagen. Es ist noch besser, dass man noch was für MG3 hat. Hier ist noch ein Dixi-Klo. Weil die ganzen Kacklappen, äh, ja, zu Ghost abgewandert sind. Okay, gut. Gut, Floody. Dann sind wir auch hier fertig, oder? Jo. Wo kommt man denn raus? Ja, dann musst du das Schnellreisesystem nehmen. Achso. Oh. Wo gehen wir hin? Ich denke, du ah... No... C'est du ahri... Oh Scheiße, scheiße... Scheiße. So, weiß jemand wie lange ich schon aufgenommen habe? Lange, wir haben bestimmt schon länger als eine Stunde gespielt jetzt. Ja, das auf jeden Fall. So gut, aber ich glaube, ich mache jetzt hier immer noch schnell die Feste ab und dann breche ich erstmal die Aufnahme ab, da meine Festplatte doch recht voll war. Aber ich glaube nicht, dass ich sie jetzt komplett hergemacht habe, aber man. Wir wollen ja nichts, ne? So, gibt es hier eine neue Waffe? Nee. 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 Ja, dieser Sound. Das kommt von Claptrap. Geil. Flady, brauchen wir demnächst noch eine Waffe gegen Panzerung? Die brauchen wir immer. Oh, es gibt einen Raketenwerfer. Aber gut, nee, brauchst du die mitnehmen. Raketenwerfer bringt halt nichts, weil du kaum Munition in das Ding kriegst. Nee, wir kriegen der Beste ist die SMG, die du von Moxie kriegst. Du kriegst dann später mal eine SMG von Moxie und das ist, glaube ich, der Bad-Touch ist es, glaube ich. Das ist ziemlich gut. Wir wollen doch eigentlich die Quest abnehmen, oder? Aber sie müssen getötet werden, oder? Äh, ja, ich glaube... Aber wir haben keine Quest-Rollküle, die ich geordert habe. Ja, nee, wir sind ja auch hier fertig, Corny. Wir sind ja einfach fertig. Darf ich mir denn ab? Das ist ein Scherz. Gut, dann bring ich mal hier die Aufnahme ab. Und dann sag ich einfach mal... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau!